Ein Stichwort dafür, Deutschrap ist fresher denn je. Ja, okay. Ja, aber Tacheles geredet, lass Leute Memes daraus machen oder nicht. Diese Fette in jedem Interview, Bruder, es ist einfach fresher denn je. 100%? Ich meine das doch auf Ernst. Ich werde das nochmal gesagt. Enno hat das gesagt, ne? Ob ein Meme daraus gemacht wurde oder nicht, lass uns Tacheles reden, Bruder. Ich hab jetzt, guck mal, ich hatte auch meine Idole. Ein Savas, ein Azad, ein Semmy, keine Ahnung, ich war 8, 9 Jahre alt, ich kenne bis heute noch Texte, ne? Wenn ich mir heute Lieder angucke, zu diesem Zeitpunkt war cool, so, ne? Aber wenn ich jetzt gucke, heute, dann war das eine billige Kopie von Amerika. Heute Deutschrap, egal ob manche Sachen von Frankreich, von England, von Amerika geklaut sind, ne? Heute ist Deutschrap auch alleinstehen. Bruder, sag sogar inspiriert, Bruder. Weil es ist immer inspiriert. Musik dreht immer im Kreis, Bruder. Ja, die größten Hits wurden gecovered. Die Zeit von Savas, Bruder, die sind, Bruder, für mich, du sagst es, Bruder, wir haben die gefeiert, das und das. Jetzt ist neue Ära, Bruder, wir hören neue Sachen, es ist fresher, Bruder. Ja, ist einfach so, weißt du, selbst diese Leute, die wollen auch fresher machen. Also habe ich eine kurze Frage? Ja. Also habe ich recht mit der Aussage, Deutschrap ist fresher denn je? Zu 100 Prozent. Ey, Roman, Bruder, du hattest recht, lass uns das machen. Du hast recht, wenn man sagt, Deutschrap ist wacker denn je, weil so viel wackes Scheiße wie heute gab es auch. Auch 100 Prozent. Okay, hast du auch recht. Es ist einfach mehr geworden, es ist einfach mehr geworden, es ist größer, es erreicht mehr Leute und wie bei allem auf der Welt auch wieder, du hast wahrscheinlich so 90 Prozent Bullshit, 10 Prozent gute Sachen, davon zwei Prozent sind so absolut super krasse Sachen. Das beste Beispiel dafür, wenn ich einen Dönerladen aufmache und jeder wird das jetzt fühlen, was ich jetzt sage, wenn ich einen Dönerladen in einer Stadt aufmache, dann wird zu einem Million Prozent im gleichen oder im nächsten Jahr ein Dönerladen 50 Meter daneben aufmachen. Warum? Weil die Laufkundschaft, die vielleicht da war, muss, geht da rüber. Wenn der Dönerladen zu krass läuft und ich habe jetzt da einen Dönerladen, dann habe ich wenigstens, sei es auch nur 10 Prozent, abgeschnappt von dem Dönerladen. Und vielleicht, was passiert dann? Dann macht 20 Meter weiter noch ein Dönerladen auf. So ist das Musikgenre, aber so ist das ganze Business auf der Welt. Es gibt in Anwerpen in Holland keinen Juwelieladen, der allein steht. Anwerpen ist in Belgien. Sorry, wie heißt es? Anwerpen, ja. Anwerpen, ja, Belgien. Anwerpen ist in Belgien. Anwerpen, ja, mach keine Kommentare. Mach bloß keine Kommentare. Anwerpen ist in Holland. Das ist Belgien, Bruder. Sag dir nur, weil der in Belgien wohnt. Auf jeden Fall, Anwerpen ist in Belgien und wenn in Belgien ein Juwelieladen aufmacht, dann gibt es den nicht allein in der Straße, sondern eine ganze Straße sind Juwelieläden. So ist das Business, egal was du machst. Wenn etwas läuft, dann kommen Leute und machen das Gleiche. Genauso ist Deutschrap. Deutschrap ist fresh, seit vier Jahren am Eskalieren. Das heißt, natürlich kommen andere Leute und sagen, hör mal zu, ich will das Gleiche, wie der macht. Ganz genau. Guck mal, ich sag dir ehrlich, wir sind inspiriert, Bruder. Weißt du, was ich meine? Wir machen aus unserer Inspiration. So, aber natürlich, Bruder, wenn ein Song kommt, du hörst, der Sound ist frisch, den gibt es hier noch nicht, dann guckst du natürlich, wie du mit deinem Stil vielleicht auch das einsetzen kannst. Dafür musst du nur einen eigenen Stil haben und den haben viele Rapper nicht und dann entsteht halt Trash. Aber du bist ja auch schon inspiriert allein durch die Musik, mit der wir groß geworden sind. Genau. Wenn wir damals Michael Jackson und Tupac gehört haben, mit sechs, sieben Jahren, das ist einfach drin, das ist in deinem Gehirn drin, vielleicht sogar nur unterbewusst. Und wenn du da Musik machst, Bruder, vielleicht hast du sogar Sätze, die eins zu eins dieselben sind, Bruder, und du weißt es noch nicht mal. Ja, safe. Und es war nicht ein, ich setze mich hin und klaue Nate-Dogs, sondern ich habe mein Leben lang so viel Nate-Dog gehört, dass ich diese Lines irgendwo in meinem Kopf habe und die dann daherkommen.